Yo Leute, Eika hier. Also ich habe jetzt schon ein paar Videos über die kleine Xbox gemacht und ich lieb sie wirklich sehr, aber dieses Mal nur Negatives. Also noch mal eins kurz vorweg. Die Xbox ist mein Daily Driver im Gaming, wenn man so will. Also das ist meine meistgenutzte Konsole und ich mag sie wirklich sehr und ich habe jetzt schon einige Videos gemacht über sie und spreche immer eine Kaufempfehlung aus. Aber weil ich nicht so dieser klassische Hype Dude sein möchte, wie es öfters mal so ist, gibt es heute mal ein Video, in dem ich eigentlich nur schimpfe. Also da würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit den ganz offensichtlichen Dingen an und zwar die Series S hat kein Laufwerk. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja im Moment, also Stand heute, 10.11.2021, kriegt man die Series S auf Amazon für 259 Euro und dann kann man ein fehlendes Laufwerk nicht unbedingt als negativen Punkt aufzählen irgendwo. Aber das kleine Teil ist technisch dazu in der Lage, ein externes Blu-Ray Laufwerk zu unterstützen. Das wäre überhaupt gar kein Problem für die. Die hat genug USB-Anschlüsse, steckst du ran, kannst du Games kaufen, kannst sie reinlegen, gebraucht mal irgendwie sowas. Da ist eine Software-Sperre drauf. Das macht die Playstation genauso, das machen sie alle so, weil, hey, du hast eine digitale Konsole gekauft, also musst du digitale Spiele kaufen. Ist schon klar, aber es ist ein negativer Punkt. Dann die Größe der SSD. 512 GB ist klein für so ein Gaming-Device, gerade mit den modernen Spielen. Da ist es ganz frisch gestern Forza Horizon 5 rausgekommen, das allein hat schon 101 GB. Da ist schon mal ein großer Teil weg. Jetzt kann man sagen, ja ist ja nur ein Fünftel von der Festplatte, aber es sind ja nur 360 GB verfügbar, weil der Rest für das Betriebssystem drauf geht und die Treiber und Zeug. Ich habe keine Ahnung, was davon so viel Festplattenplatz verbraucht. Das ist irgendwie ein bisschen viel für das dünne Betriebssystem, aber ist nicht meine Expertise. 360 GB sind wirklich nicht viel. Machst du Warzone drauf, machst du Forza Horizon 5 drauf, dann kannst du nicht mehr so viel zocken. Man kann den Speicher zwar erweitern, ist gar kein Problem. Kannst einfach eine externe Festplatte anschließen, ist wunderbar. Kannst eine 5 TB HDD kaufen per USB dran, hast richtig viel Platz drauf. Nur leider die optimierten Spiele für Xbox Series X und S, die laufen darauf nicht. Das allein würde ich jetzt nicht als negativen Punkt nehmen, weil die Spiele sind halt so optimiert auch auf Ladezeiten und die brauchen nun mal den Speed von dieser internen SSD und der muss halt entsprechend flott sein. Und deshalb gibt es die offiziellen Erweiterungskarten von Xbox, bzw. von Seagate, aber Xbox lizenziert. Und die sind scheiße teuer. Das ist im Endeffekt ein ganz normales PCI Express 4.0, NVMe, Schlag mich tot, irgendwas, Proprietarian, wie spricht man das aus? Das ist im Endeffekt eine ganz normale Platte, die du da reinsteckst in diesen Slot. Und da macht Xbox leider so ein Apple-Ding drauf. Wie Apple mit ihrem Lightning-Anschluss, den wir alle so lieben. Nur den Lightning-Anschluss kann man wenigstens noch dongeln. Das geht mit dem Xbox-Ding bisher nicht. Es gibt so ein paar Hacker, die versuchen das momentan, aber es hat noch nicht so wirklich geklappt. Und dann zahlst du 220 Euro für einen Terabyte. Finde ich schon ätzend. Also das ist definitiv ein negativer Punkt. Xbox Series S und die 1 Terabyte SSD von Seagate als Extension Pack, bist du beim gleichen Preis wie die Xbox Series X. So grob. Like, what the fuck? Eine Sache, die mich schon immer aufgeregt hat, ist, dass hier ganz normale Batterien drin sind in dem Controller. Ist an sich nicht so schlimm, aber man kann sie über diesen USB-Stecker nicht laden. Also da ist jetzt kein kleines Netzteilchen oder so irgendwas eingebaut, dass ich die laden könnte. Und das ermutigt nun mal Leute dazu, die Teile immer zu nehmen, wegzuschmeißen und diese Wegwerfbatterien zu kaufen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann musst du dir so eine Zusatz-, so ein Battery-Pack kaufen, dann funktioniert es. Aber das musst du zusätzlich kaufen. Warum wird das nicht einfach mitgeliefert? Oder ja, einfach so, dass man es laden kann oder sowas. Eine Sache, die ich echt ein bisschen fies finde bei der Series S. Naja, 4K-Auflösung wird kategorisch abgelehnt in Spielen. Jetzt, äh, ich frag mich aber die ganze Zeit, warum das so ist. Ich meine, es gibt offensichtlich Spiele, wo es überhaupt kein Problem wäre. Es gibt wohl auch so ein, zwei Games, wo 4K angemacht wurde. Aber kategorisch wird es irgendwie abgelehnt, weil sie mit 1440p advertised wurde. Wobei 1440p in den wenigsten Spielen wirklich funktioniert. Also ist das sowieso Crap. Aber selbst in Spielen, wo 4K möglich wäre mit den 4 Teraflops. Ich meine, die Playstation 4 Pro hat eine 4 Teraflop Grafikeinheit. Und die ist deutlich älter als die der Series S. Die ist dazu in der Lage. Ich meine, wenn ihr Netflix guckt auf der Xbox oder Amazon Video und so Sachen, dann könnt ihr auch 4K darstellen. Das funktioniert schon auf dieser Konsole. So ist es nicht. Aber es wird kategorisch abgelehnt. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt mit dieser kategorischen Ablehnung, beziehungsweise nicht das volle ausschöpfen. Ja, die Series S wird nicht voll ausgeschöpft immer. Jetzt so ein aktuelles Beispiel, was ich dazu absolut habe, ist Guardians of the Galaxy. In der Pre-Release Version gab es noch einen 60 FPS Modus. Gab es einen Performance Modus. Und in dem Release Day One Patch haben sie den rausgenommen. Jetzt gibt es nur noch 30 FPS. Und 30 FPS? Warum? Warum haben sie den rausgenommen? Irgendwie war es wohl so, dass er öfters mal in die niedrigen 50er gedroppt ist. Also 52 FPS, 53 FPS, auch mal über längere Perioden und so. Aber immer noch besser als 30. Also was ist das Problem? Oder man macht einfach so ein, wie Resident Evil Village das gelöst hat. Die haben einfach einen 45 FPS Modus gemacht mit Motion Blur. War wunderbar. Natürlich ist es nicht optimal, aber das Potenzial ist ausgeschöpft. Und wenn die Konsole 45 FPS kann, was das Problem daran ist, einfach zu machen. Was ich gar nicht mag, ist jetzt so diese Marketingmasche dahinter immer. Also auf den Kartons der Konsolen. Also das ist jetzt nicht nur bei der Series S. Also einige dieser Punkte zählen nicht nur für die Series S. Aber da steht dann so drauf, 1440p, 120 Hertz. Es ist falsche Werbung. Also auf der PlayStation 5 steht 8K drauf. Was für 8K? Wie kommen die überhaupt drauf, das mit 1440p zu bewerben? Die Series X ist beworben mit 4K-Auflösung auf 60 FPS als Standard-Spielmodus. Macht sie. Passt. Es ist okay. Richtig beworben. Die Series S ist mit 1440p beworben. Eine 4 Teraflop-Maschine gegen eine 16 Teraflop-Maschine. Vierfache Grafikleistung bei vierfacher Auflösung. Und jetzt willst du die gleiche Leistung bei der halben Auflösung, bei einem Viertel der Grafikleistung. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit dem Kopf nicht durcheinander komme. Das macht gar keinen Sinn. Warum bewirbt man die nicht von Anfang an? 1080p, 60 FPS-Konsole. Wunderbar. Ich meine, keiner hat ein Problem damit. Das ist, wer sich eine Konsole kauft, die nicht dem höchsten Bildqualitativen Standard entspricht, der ist zufrieden damit, wenn sie 1080p macht. Und das tut sie ja auch. Aber es wird halt einfach falsch beworben und man bekommt so ein bisschen eine Packung, die man eigentlich nicht gekauft hat. So, das waren jetzt so mal die Punkte, die mich nerven an der Konsole. Ich habe ein paar Punkte absichtlich nicht reingemacht. Niedrige Auflösung von der Konsole, das halte ich nicht für einen negativen Punkt, weil man hat sich bewusst dazu entschieden, nicht die Version zu kaufen mit der hohen Auflösung. Dann kann ich mich hinterher nicht beschweren. Oh, das ist aber negativ, dass sie eine niedrige Auflösung hat. Obwohl ich dennoch gesagt habe, naja, das Potenzial wird manchmal nicht ausgeschöpft und bei manchen Spielen wäre es sicherlich möglich, 4K-Modus zu aktivieren. Und alles in allem, wer mich kennt, weiß ganz genau, dass ich ein riesiger Fan von der Series S bin, dass ich mega gerne darauf spiele und dass ich sie immer empfehle. Also dann, wenn euch auch noch Dinge einfallen, die ihr nicht mögt oder wenn ihr mir widersprecht bei meinen Funken, dann schreibst du doch gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Auch ein Like und ein Subscribe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Kauft euch ne Xbox!